Eigentlich war der Aufhänger für dieses Video ein reiner Test zum Approved Casein von WFN. Da ich aber noch nie ausführlicher auf das Thema Casein eingegangen bin, habe ich spontan beschlossen, diese günstige Gelegenheit neben dem Test auch dafür zu nutzen, einmal den wissenschaftlichen Status Quo rund um das Thema Casein zu recherchieren. Mein Ziel ist es, dass ich euch mit diesem Video die ein oder andere neue Erkenntnis mitgeben kann und ihr am Ende schlauer seid als vorher. Also viel Spaß damit! Beginnen wir das Video zunächst mit ein paar wichtigen Unterscheidungen. Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung ist ein Milchprotein nicht mit einem Casein gleichzusetzen. Zwar ist es völlig richtig, dass Casein aus Milch gewonnen wird, allerdings besteht das Eiweiß aus der Milch aus zwei Komponenten, dem besagten Casein, aber auch der Molke. Wenn wir also von einem Milchprotein, auch mit Sillares Casein genannt, sprechen, meinen wir immer ein Protein, das zu ca. 20% aus Molke und zu 80% aus Casein besteht. Ein reines Caseinpulver heißt auch Calcium Caseinat, enthält im Gegensatz zum mit Sillares Casein keine Molke mehr, ist zudem schneller verdaulich, aber auch in der Herstellung nochmal etwas teurer. Was allgemein für den Einsatz eines Casein-Proteins für den Muskelaufbau spricht, sind dessen tolle Nährwerte, wie hier am Beispiel des Approved Caseins in der Geschmacksrichtung Vanille einmal dargestellt. Besonders der hohe Eiweißgehalt und der geringe Milchzuckeranteil von gerade einmal 0,14 g pro 100 g dürften für viele ein starkes Argument sein. Und dass hierbei auch alles mit rechten Mitteln zugeht, zeigt der noch ganz aktuelle Prüfbericht vom 3. Mai 2021, der dem Approved Casein bei einem Proteinfaktor von 6,25 einen Eiweißgehalt von 87,4 g attestiert. Bei der Gegenüberstellung der Aminosäurenprofile zwischen Casein auf der einen und Whey-Protein auf der anderen Seite ist jedoch eine gewisse Unterlegenheit erkennbar. Zwar sind beide Profile vollständig, allerdings sprechen die anderen Qualitätsmerkmale eines guten Aminogramms, also der Leuzin-, BCAA- und EAA-Gehalt, alle für das Whey-Protein. Wie sich diese Unterschiede der beiden Rohstoffe dann in der Praxis äußern, hat man schon in vielen Studien unter die Lupe genommen. Bereits im Jahre 1997 hat man die Verdauungsgeschwindigkeiten zwischen Whey schnell verdaulich und Casein langsam verdaulich miteinander verglichen. Das Ergebnis war, dass der Anstieg der Aminosäurenkonzentration im Blutkreislauf, gemessen hier am Leuzin-Gehalt, in den ersten 180 Minuten beim Whey-Protein deutlich größer ausfiel als beim Casein. Und das liegt daran, dass Casein bzw. dessen Protein aus erheblich komplexeren Aminosäureketten besteht, die der Körper erst in ihre einzelnen Bestandteile aufspalten muss. Über einen längeren Zeitraum hinweg fiel die Aminosäurenkonzentration in der Blutlaufbahn, beim Casein aber dann doch etwas höher aus. Begründung hierfür ist vermutlich die höhere Oxidationsrate des Whey-Proteins. Bedeutet also, dass mehr Aminosäuren des Proteins vom Körper zur Energiegewinnung verbrannt wurden. Für die Muskelproteinsynthese, also den Aufbau neuer Muskelmasse, ist das Casein damit aber trotzdem nur bedingt geeignet. Denn da äußern sich die langsame Aufnahme und auch der vorhin gezeigte geringere Leuzin-Gehalt eher negativ, wie auch diese Studie von Jason Tang und weiteren im Jahre 2009 nachwies. Zu beachten ist hier jedoch, dass den 18 Probanden der Studie eine vergleichsweise geringe Menge an essentiellen Aminosäuren von gerade einmal 10 Gramm verabreicht wurde. Und dass diese Menge für das Casein und dessen langsamerer Leuzin-Angabe nicht ausreicht, um für einen wirklich relevanten Insulinausstoß zu sorgen, hätte man sich eigentlich auch schon vorher denken können. Und wenn kein Insulin ausgestoßen wird, kann dieses nun mal auch nicht seine Rolle als anabolstes Hormon für den Muskelaufbau erfüllen und die Aminosäuren aus der Blutbahn in die Muskelzellen ziehen. Deswegen kam man am Ende auch zu dem ernüchternden Fazit, dass Casein keinen nennenswerten Einfluss auf die Muskelproteinsynthese hätte. Allerdings ist Casein hier auch ein gutes Stichwort. Das eingesetzte Casein war nämlich kein reines Calcium-Caseinat, sondern das vorhin beschriebene Micellare-Casein, also im Grunde einfaches Milchprotein. Und dessen Verdauungsgeschwindigkeit ist im Vergleich nochmal deutlich langsamer als das Calcium-Caseinat und könnte in der Folge sogar die tragende Rolle für das schlechte Ergebnis gespielt haben. Zumindest hat eine weitere Studie im Jahre 2011 durch die Verwendung von Calcium-Caseinat wieder gegenteilige Ergebnisse ans Licht gebracht. Zwar war auch hier der Insulinausstoß wenig überraschend nicht so hoch wie beim Whey-Protein, was übrigens für das Whey als das Protein für die Muskelproteinsynthese spricht. Allerdings beobachtete man über einen längeren Zeitraum von 6 Stunden, dass das Casein am Ende sogar mehr Leuzin zu Muskelprotein umwandeln konnte. Dass also einige Studien das Casein aufgrund der weniger hohen Muskelproteinsynthese-Rate kritisieren, ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu kurz- bzw. kurzfristig gedacht. Das bestätigt auch eine weitere Studie aus dem Journal of Sports Science and Medicine. Dort konnten weibliche Basketballspielerinnen sowohl mit Whey als auch mit Casein ihre Performance steigern und gleichzeitig den Körperfettanteil reduzieren. Und obwohl das Whey-Protein bei den Werten insgesamt betrachtet etwas vorne lag, kamen die Wissenschaftler trotzdem zu dem Fazit, dass die Unterschiede der beiden Proteine von keiner statistischen Signifikanz seien. In Anbetracht der aktuellen Studienlage würde ich sagen, dass das persönliche Essverhalten bei der Wahl des Proteinpulvers mit die entscheidendste Rolle spielen sollte. Wenn man alle drei Stunden eine Mahlzeit zu sich nimmt und sich womöglich auch noch im Aufbau befindet, dann sollte man beim Whey-Protein bleiben. Da ist das Ankurbeln der Muskelproteinsynthese einfach der wichtigste zu beachtende Parameter. Befindet man sich aber in einer Diät oder ist generell längeren Fastenperioden ausgesetzt, dann ist der Einsatz eines Casein-Proteinpulvers definitiv eine Überlegung wert. Denn dann spielt das Casein neben seiner verzögerten Wirkung auf die Netto-Stickstoff-Bilanz auch noch sein zweites wesentliches Merkmal aus. Seine sehr dickflüssige und dadurch auch erheblich sättigendere Konsistenz. Und das gilt natürlich auch für das Approved Casein von WFN. Mixt man 300 Milliliter Wasser mit 30 Gramm des Pulvers, wird die Konsistenz schon sehr cremig. Mit noch weniger Flüssigkeit kann man das Pulver sogar wie einen Pudding löffeln, allerdings bleibt die Textur dabei recht flockig, was einige sicherlich als störend empfinden würden. Grundsätzlich empfehle ich beim Anmischen eines Casein-Proteinpulvers, dass man einen Shaker mit Blenderkugel verwendet. Casein-Pulver, und da ist das Approved Casein leider besonders anfällig für, ist nämlich nicht so gut löslich wie klassisches Whey-Protein. Und benutzt man einen Shaker mit Sieb, bleiben einige Rückstände sowohl im Sieb selbst als auch im fertigen Shake über. Ursächlich für die auch im Vergleich zu anderen Casein-Pulvern eher schwächere Performance des Approved Caseins in diesem Bereich, könnte der gewählte Rohstoff mit dessen recht klebriger Konsistenz sein, was ich so beispielsweise beim Cas90 Casein vom Bodybuilding-Depot, das eine ganz ähnliche Rezeptur aufweist, nicht beobachten konnte. Aber wo wir gerade bei Rezeptur sind, da punktet das Approved Casein wieder als ein reines Calcium-Casein-Naht, das kein günstigeres Milchprotein bzw. mitzellares Casein enthält. Ich dachte bisher, dass das in Anbetracht der von mir eben vorgestellten Studienlage auch der Standard sein müsste, aber die Suche im Web nach anderen Casein-Pulvern überzeugte mich vom Gegenteil. Abseits des Protein-Lieferanten fällt die Zutatenliste des Approved Caseins recht übersichtlich aus, was auch die guten Nährwerte mit je nach Geschmack zwischen 85,2 und 88,1 Gramm Eiweiß begründet. Heißt natürlich im Umkehrschluss, dass ihr im Pulver keine Schokostückchen oder andere Zusätze erwarten dürft. Im Gegenzug setzt WFN aber auf ausschließlich natürliche Aromen, die in Verbund mit der nicht so starken Süße auch sehr gut harmonieren. Besonders der an Milcheis erinnernde Vanille-Geschmack hat mich ziemlich begeistern können. Und auch der etwas herbere Schokoflavor weiß ziemlich zu gefallen. Erdbeere dagegen fällt in meinen Augen im Vergleich dazu recht deutlich ab und schmeckt trotz des Einsatzes natürlicher Aromen ziemlich künstlich und irgendwie auch einfach langweilig. In diesem Falle habe ich im Gegensatz zu den anderen Geschmäckern etwas mehr Süße und Geschmacksintensität vermisst. Ein weiterer Punkt der Zutatenliste, der mir schon beim Approved Way positiv aufgefallen ist, ist die Hinzugabe des Verdauungsenzyms Laktase. WFN setzt nämlich auch im Casein 2500 FCC-Einheiten Laktase pro 30 Gramm Portion ein. Und das wohlgemerkt, obwohl der Milchzuckergehalt beim Calcium-Caseinat bei unter 0,1% liegt und damit rein rechtlich gesehen sogar als laktosefrei in Deutschland bezeichnet werden darf. Der Grund für die Hinzugabe ist also vielmehr, dass man das Approved Casein auch bei einer Laktoseintoleranz mit Milch trinken können soll. Und genau für diesen Zweck reicht die gewählte Dosierung pro Portion für genau 250 Milliliter aus. Für einen Casein ist diese Menge möglicherweise sogar schon etwas knapp bemessen, weil der Shake bei diesem Verhältnis schon recht dickflüssig wird, aber zumindest sollte der Großteil des Milchzuckers dadurch ausgeglichen werden können. Der Preis eines Caseins fällt in der Regel etwas höher aus als jener eines Whey-Proteins. Das liegt einerseits an der geringeren Nachfrage, andererseits unterlag der Rohstoff aber auch im vergangenen Jahr einer Preiserhöhung, weil gleichzeitig immer mehr Käse eingekauft wurde. Das Approved Casein ist, auch dank des ausschließlichen Einsatzes von Calcium-Caseinat, deswegen mit 26,90 Euro pro 1 Kilogramm Dose, in der Summe etwas teurer als das Approved Whey. Wer mag, erhält beim Kauf einer 2 Kilogramm Dose, die für 49,90 Euro erhältlich ist, ein nochmal etwas besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem kann ich euch mit Felix10 einen dauerhaft verfügbaren Rabattcode anbieten, der euch 10% auf den gesamten Warenkorb gewährt. Ich hoffe, dass ich euch in diesem Video gut vermitteln konnte, wann für euch ein Casein-Pulver in Frage kommt und wann eher nicht. Ein Whey-Protein stellt für mich nach wie vor die erste Wahl dar. Aber wenn ihr beispielsweise die cremige Konsistenz feiert oder längere Fastenperioden überbrücken müsst, dann ist so ein Casein-Pulver definitiv eine Überlegung wert. Bis zum nächsten Mal.